Moin moin, ich war gerade zur Bauabnahme. Hier ist nämlich ein Teil des Daches, ein Bauabschnitt ist fertig. Und da zeige ich euch gleich ein paar Bilder. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Blick über Neukloster von hier oben. So, wunderbar sieht das aus. Ich freue mich sehr. Noch ein Hinweis, unsere Kirche ist nominiert zur Kirche des Jahres. Geht mal bitte auf stiftung-kiba, das ist für den Kirchenbau, und stimmt ab für Neukloster. Das wäre ganz toll. Noch den ganzen April könnt ihr dort abstimmen und uns zur Kirche des Jahres wählen. Mit eurer Stimme schaffen wir das vielleicht. Tschüssing!